Ich habe gerade spontan entschlossen, meine Kamera hier oben hin zu tarnen, weil die erste nicht so richtig nice war. So, Kammer Nummer 5. Ich habe immer noch keine Portal Gun. Fühlt sich ein bisschen komisch an. Auch immer wieder schön hier die kleinen Hinweise. Ah, komm mal, ich muss anreichen. Ja, da komme ich nicht drauf. Heißt, alles klar, Vergangenheitswürfel muss regeln. Aber ich habe keinen Würfel. In der Zukunft. Aber ich habe einen Würfel in der Vergangenheit. Komm, ich kann ja immer nicht so fett sein. So, jetzt habe ich den Vorteil, jetzt habe ich beide Male einen Würfel. Ich habe jetzt einen Würfel. Aus. Ich jetzt, wenn ich mich hier drauf stelle. Ah, alles klar, okay. Der geht hier hoch, aber guck mal, hier steht das schon. Wenn das hier schon steht, wette ich, muss ich den nur da drauf legen. Pass auf. Leute, also mir hätten so eine Leuchtreklame hinstellen können, ne? Ich glaube, die wäre unauffälliger gewesen, als dieses riesige Schild. So, jetzt lege ich den hier logischerweise oben drauf. Dadurch kommt der nach oben. Das Ding bleibt auch bestehen. Alles, was ich tun muss, ist, ich nehme diesen Würfel und lege ihn jetzt hier hin. Gut. By now, you hopefully understand the concept of cause and effect and how cubes behave in different timelines. Now, let's move on to something more interesting. Gib mir eine verdammte Portal-Knarre. Ist ja wohl das Minimum, liebe Leute. Ich meine, es heißt Portal. Weißt du, wenn ihr mir die Portale vorgebt, ist ja nicht so, dass ich jetzt... Ich muss nicht denken. Ich muss einfach nur schauen, so, okay, wo muss ich den Würfel ablegen? So, da müssen wir noch... An dem Flow müssen wir noch arbeiten. Das kriegen wir aber hin. Ich freue mich drauf. Ich mag diese Spiele sehr. Und, liebe Leute, ne? Wenn ihr sehen wollt, wie ich die ganzen alten Portal-Teile vielleicht nochmal spiele nach langer Zeit. Ich hab bestimmt alles vergessen. Schreibt es mal drunter in den Kommentaren. Ich würde mich ja selber freuen. Ich würde gerne nochmal die Portale-Teile für euch spielen. Also, wenn ihr das mögt. Leute, Kommentar. Jetzt tippen. Und apropos jetzt. Wir machen jetzt Schluss. Denn gleich kommt die nächste Folge. Rätsel 6. Ich glaub 6. Ja, 6. Rätsel 6. 12. Tic.